Lennart, Rex und Pinky. Lennart macht halt nicht mehr viel, das ist der Opa, gell? Opa! Lennart, Opa! Wir machen gerade noch eine Integration, deswegen haben die noch keinen Auslauf. Lennart, Opa, guck, guck, da unten sind auch drei, gell? Und oben ist einer, so. Gell? Dicky! Dicky! Gildo, Dicky! Oho! Guck, guck! Oho! Gehst du runter, Gildo? Hm? So, Lennart da hinten, hm? Oho! Gell? Da bist du schon wieder jemand hoch, hm? Und der Pinky frisst trotz Krebs wie eine neunköpfige Raupe, hm? Nee, mag man nicht. Okay. Okay. Lennart, hm? Mhm. Hm. Hm.